Im Westen Deutschlands haben schwere Unwetter mit Starkregen zu Überschwemmungen und Verkehrschaos geführt. Teilweise fiel in 12 Stunden mehr Regen als sonst in einem Monat. Im Münsterland wurde die Autobahn 2 nahe Beckum überflutet. Das Wasser auf der Fahrbahn stand bis zu einen Meter hoch. Die Strecke war in Richtung Hannover stundenlang gesperrt.